Herzlich willkommen zurück zum WUV-Race. Jawohl, wir haben jetzt hier unseren Schrödinger und ja, der macht jetzt Bumm. Ah, Schrödinger, wir hatten doch so eine schöne Zeit miteinander. Naja, passt schon. Passt schon. Nicht mehr so gut, seitdem Schrödinger mich verlassen hat. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Leider. Ah ja, kommen wir mit den Tasten durcheinander. Ne, ist bloß ein größer. Sprechen wir mit der Station Stahlfunken. Alles klärchen. Machen wir. Da reiten wir einmal schön drumherum und machen dann die letzten acht Quests. Ach, wir hätten ja hier übrigens noch das hier. Teufelswald und Winterquelle hätten wir ja auch noch als Gebiet. Ähm, das ist glaube ich Horde. Da hätten wir noch Questen. Naja. Ist mir gerade so eingefallen. Ich hätte mir ja auch noch, wo wir questen könnten. Was glaube ich gar nicht mehr so verkehrt ist. Doch, wir kommen nach Hyjal wird man sogar hinkommen. Ah, ich hoffe halt echt, dass wir da später mit Kataklysen, dass wir da keine Probleme hier bekommen. Werden wir aber. Für Archäologie werden wir da nämlich in Kataklysmen hier wieder komplett rum marschieren. Was ein bisschen dumm ist, aber naja. So. Ja, eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Ich brauche jetzt nur noch den verdammten Posten. Dann kann ich weiter questen gehen, ja holleri. Hollero. Schade, mein Getränken ist leer. Muss ich mir da unbedingt neu einschenken. Ja, da ist der Posten. Da ist nichts. Ich dachte, da wäre vielleicht was. Landestrand. Ja, guck mal, Rühlung. Ja. Tötet zehn verrückte Überlebende. Warum? Salzverkrustet das Tagebuch und definiert verrückt, wahnsinnige Bildwässerüberlebende getötet. Okay. Tööööööööööh... Aber wie wahnsinnige Bildquester. Lass mich mal ganz kurz. Wir haben erfahren, dass vor einiger Zeit ein Schiff der Goblins hier am Stand Schiff... Es gibt noch wenige Blöden, ja. Sind das hier zufällig Goblins, die was von der Insel geflüchtet sind? Von Kizan? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht die Karte jetzt so ziemlich seltsam aus. Der war damals hier in der Mitte drin, ja. Und nicht da. Weil hier jetzt unbedingt die verehrten Küsten hin mussten. So ein Blödsinn. Wer von euch hat das Tagebuch? Oder ist das hier drin? Hm. Ich weiß es nicht. Hallo. Beschützt den Waisen. Beschützt Hackvisage. Äh, okay. Das Hackvisage. Nun gut. Hier tanzen ein paar Goblins um ein Lagerfeuer. Na, kommt mal ran hier, ihr Kleinen. Upsi. So. Zack. Was machst du hier? Ein Mönch. Pandare. Äh, hops. Alla. Nö. Na, komm schon. Komm schon, komm schon. So, machen wir mal hier. Zack, helfen wir ihr mal. So. Komm. Ich glaube, man durfte ja auch nicht meine Kisten. Du Mönch. Woher? Ich hab das Tagebuch schon. Oh. Ich hab das Tagebuch schon. Doch. Tatsache. Okay. Na dann, zurück. Das ist ja seltsam. Aber egal. Auf dieses Gebiet hier freue ich mich auch. Da freue ich mich schon. Wenn wir hier sind. Oh, ja. Oh, ja. So. Dum. 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 Ah, ja. Hey! Er langt. Er hat einen Schlüssel. Wat? Das ist eine Stufe 51. Was soll ich hier? Ah. Besser das. So. Das ist schön. So. Das ist toll. Leider. Nein. Kein Interesse. Ich mag dieses durchgestrichene O einfach nicht. Sonst würde ich schon beitreten. Aber wegen dem O. Lieber nicht. So. Na komm schon. Schildkröten. Ach, das ist schon wieder. Das wird schon wieder eine Quest. Die wahrscheinlich ewig dauern könnte. Ah, Gott sei Dank. Ah, Gott sei Dank ist das keines so eine Quest. Schnell wieder zurück. Schnell da wieder zurück. Hallo, Möwe. Der kleine Möwe. Was läuft denn so? Boah. Boom. 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 Wie oft wir wirklich hier schon in Gilden eingeladen worden sind. Das ist ja Wahnsinn. Grüße, Grüße. Ich verschafe durch die Truhe der Hackvisage. Alles klar? Wie geht's? Mir geht's ganz gut. Nimm mal hier bitte den ganzen Schrott. Dann merkt man mal, dass ich schon lange nicht mehr beim Händler war. Hups. Kassig. Zack, zack, zack. Hinzufügen. Äh. So. Haben wir das auch erledigt. Dann können wir hier noch kochen. Gruppe. Hier. Zack. Stück Rötefleisch. Sehr schön. Weiter geht's. So. Boom. 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 Haben wir eigentlich bis jetzt nur Gewinn gemacht, oder? Zusammenfassung. Bis jetzt nur Gewinn. Das ist gut. Tschaka, tschaka, tschaka. Eine Truhe holen wir. Eine Truhe holen wir. Von der Hackvisage. Die Hackvisage. Warum singe ich eigentlich so viel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist die Hackvisage. Ich bin auch nicht alt. Und schaß hat Visage. Das war eine schnelle Quest. Das muss ich schon sagen. Das war schnell. Jaja. Da hinten wird noch mehr Wüste sein, Leute. Jetzt ist zwar hier schon viel Wüste. Jetzt da drüben ist aber dann noch mehr Wüste. In Uldum. Und das ist Anquerei. Okay. Das ist Anquerei. Das ist so ein Raid eigentlich. Da haben wir nichts zu schaffen in dem Land. Ja, das ist wirklich. Aber man kann jetzt sagen, das, das und das landen in reinen Wüsten. Hier ist halt so ein Krater. Da, wo keine Wüste ist. Huch, seid ihr aber groß. Alles klar. Führst du mich da eventuell hin mit irgendwas? Nee, nee. Okay. Meldet euch beim Ausgaben ist leider Gunsten in der Südruine. Alles klar machen wir. Wenn wir jetzt hier neue einhändige Faustwaffen. Ich würde fast sagen, wir nehmen den Lakota-Streckkolben weg. Und jetzt haben wir eine Faustwaffe. Das ist interessant. Gucken wir jetzt hier nochmal ganz kurz an. Ja, hier. Eine Faustwaffe. Bumm. Naja. Nur gut. Äh. Ich kämpfe seltenst mit Faustwaffen. Achso. Ausgerabendes Fossil. Okay. Ich dachte schon, hä? Was? Was? Äh? Ungefähr so habe ich reagiert. Ja, ja. So. Drei kleine Quests noch. Lalalalalala. Drei kleine Quests noch. Trolololulu. Ach, die akademische... Nee, die archäologische Akademie. Von den Blutelfen. Ach, dann questen wir jetzt für Brand-Prose-Barts-Forscher-Liege. Flynn. Äh. Ja. Bei den Marschallern melden wir uns. Ähm. Jetzt noch nicht, aber... Da steht kein Quest-Ziel dabei. So. Und zwar hier wäre der Marschall. Da gehen wir dann später hin, ja. Das tropische Paradies ruft. Ist mir jetzt erstmal egal. Ob das ruft. Wie laut das ruft. Wie lang schon. Denn... Oh, lass meinen Zwergen, Freunde, Ruhe. Hups, ich habe das in den Trank getrunken. Danke. Hallo, Zwerg. Zwerg Berti. Zwerg Berti. Zack. Das ist keine. Und... Zack. Da oben haben wir wieder eine Tafel. Da ist auch eine. Da oben haben wir wieder eine Tafel. Ich frage mich ja, wie viele Quests wir schon abgeschlossen haben. Insgesamt. Müssten wir jetzt, glaube ich... Sind wir bei... Äh... Bei 500 Quests? Sind wir da schon? Ich bin außer Reichweite. Ich meine, im Starkgebiet waren es sicher auch so 30, 40 Quests. Im Starkgebiet jetzt alleine. Da könnten es ja schon so... Ich kann mal nachgucken. Statistik. Quests. Ah. 480. 480 Quests. Da töten wir ein paar Sandsteing-Golems. Kriegen wir auch noch hin. Hier dachten wir... Hier ist übrigens... Sehr interessant, ja. Das war damals nicht da. Das hier. Früher war Uldum. Das hier war früher Uldum. Da hat niemand gewusst, was das ist. Da waren dann so Elite-Steing-Golems. Und da war ein zues Tor mit so einem kleinen Loch drin. Niemand hat so richtig gewusst... Für was ist das Tor? Was kommt da mal? Das ist nicht. Jetzt ist dieses Tor immer noch ziemlich nutzlos. Weil da der Eingang ist. Und nicht da. Deswegen, naja. Das ist das selbe wie damals Grim Barthol. Eine Zeit lang zu ermahnen. War auch das Tor zu. Da wo sich die Leute... Ja, da gab es noch Rätsel in VUV. Da gab es noch Rätsel. Bis Kataklysm war hier ein Tor. Und das war zu. Ja. Das war zu. Da wusste niemand, was dieses Tor macht. und jetzt ist es offen und jetzt würde ich sagen beenden wir auch die Folge und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal